Immer der Nase nach, hieß es heute in Nürnberg. Hätten Sie gewusst, dass die Franken-Metropole auch eine von Deutschlands Foodtruck-Metropolen ist? Also eine Hochburg der Fastfood-Läden auf Rädern. Und diese fahrenden Händler hatten heute ein großes Treffen, bei dem auch meine Kollegin Uschi Schmidt mal vorbeigeschaut hat. So eine geballte Ladung an Essen auf Rädern kriegt man ja nicht jeden Tag vor die Nase gesetzt. Also ich hab meine Gabel heute schon mal mit...